Oh, da brennt doch was. Hey? Hier ist alles im Arsch, aber da brennt was? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal, ich gucke jetzt mal hier rein. Ich will wissen, was die Bomben bringen. Wow. Naja, ist jetzt nicht so der Hit, ne? Das ist jetzt nicht so der Hit. Hey, ich dachte, es geht durch Beton, man. Und die? Scheiß, geht die durch Beton? Na gut. Da komme ich nicht durch, oder? Nee. Eigentlich sehr schade. Wir gucken mal weiter. Warte, was wir sonst noch so finden. So, wie bin ich jetzt noch bei irgendeinem anderen Typen? Tja. Hier könnte ich mich mal reinbomben. Ich mach das einfach mal. Das ist das einzige, was ich noch schaffe, denke ich mal. Ach du Scheiße. Ey, wie kacke ist das denn? What the fuck? Ich denke, die Bomben sich durch mehrere Dingens durch. Das ist ja ein ganz großer Scheiß. Das ist doch hier nur eine Steinwand. Ja, komm, vergessen wir das. Hat keinen Sinn. Die eine Bombe hebe ich mir noch auf. Wenn ich den Anthony sehe. Nochmal muss ich den leider erschießen. Er wird zwar was geschenkt, aber der killt hier alle. Bevor der mich killt, ich schieße lieber als erstes. Der hat gerade eben sein Kollegen platt gemacht. Und der Kollege hat mir sein Leid geklagt. Ich weiß aber nicht, vielleicht verarschen die mich auch. Keine Ahnung. Irgendwie die Kiddies. Hab ich das Gefühl. Kaffee. So, Lithium. Nehmen wir. Wollt Backup. Na ja, gut. Ständig. Ich glaube, der macht alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten hier so ein Backup. Hier ist nix. Oh, oh. Der Anthony lebt immer noch. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Na gut, ich gucke mal weiter. So, ich sollte vielleicht mal reden. Wir schauen uns mal hier die Base an. Gucken mal, was... Ah, es ist immer... Man fehlt immer so. Aber Stahl, ey. Stahl. 150 Stahl. Ja, gut. Ich will mich nicht beschweren. Äh, jetzt den Wasser. Äh. So, die beziehen noch bitte was Schöneres, was Schöneres, was Schöneres, was Schöneres. Äh. Ja. Ja. Ist schön brauche ich gerade noch nicht. Ach, guck mal, ist hell. Warum mache ich denn? Das geht nicht auf. Na gut. Ich gehe raus. Schade, schade, schade. Ich könnte hier... Hier kann man Holzkohle übrigens, äh... Farben hier oben im Waldgebiet. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gezeigt habe. Die gibt es unten nicht. Die gibt es nur hier. So, viel Kaffee und so ein paar andere Sachen. Aber... Ja. Achso, ich sollte mal die Radioaktivität wegmachen. Und jetzt kann ich das hier nehmen. Hä? Was? Ich muss zwar... Zuerst die Hose ausziehen. Wie geil ist das denn? Das... Das ist ja cool. Um das Zäpfchen einzunehmen, muss man die Hose ausziehen. Weil rektal. Das ist gut gemacht. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, ich latsche mal weiter. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Mal gucken, vielleicht finde ich hier noch irgendwie eine halb gelootete Base. Ansonsten, ich habe noch diese eine Bombe. Dann gehen wir nochmal zurück zu dem einen Haus, wo die Kisten sind. Und lasst uns da nochmal krachen. So, ansonsten... Jo. Geht gleich mal da. So, jetzt bin ich langsam wieder hier in meine Gefilde. Kurz vor der Base. Und ich muss feststellen, ich habe jetzt auch einen Bug, denn ich kann nicht mehr auf Tiere schießen. Also ich kann schon drauf schießen, aber es macht denen keinen Schaden, was ungünstig ist. Denn so kann ich auch nicht mehr in die Base rein, weil ich mich nicht verteidigen kann. Na ja egal, wir machen jetzt eh hier Feierabend. Ich gucke jetzt hier noch in diese Kiste. So, in die oder in die ist jetzt die Frage. Ich werde mir die hier nehmen. Come on. Mal schauen, wie weit wir die klein kriegen. Nicht so gut. Hä, ich habe noch eine. Okay. Hä, wieso habe ich denn... Oh, ich habe jetzt auch einen Bug. Hä, was ist das denn hier? Ich habe um endlich Bomben jetzt. Ist das dein Scheiß ernst? Keine Ahnung. Gut, wir haben jetzt einen Bug, nutzen wir den eben. Gucke ich mal, was da drin ist. Nur Mist, kein Gold. Schade. Mach mal die hier noch auf. So. Ei, 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 ei. Schon krass. Na ja, zum Abschluss noch mal ein bisschen was Bombiges hier. So, keine Ahnung, was wir da noch haben. Na ja, okay. Sehr viel Mist. Sehr viel Mist, den wir nicht brauchen. So, die Setzlinge, das hier, das. Essen, was haben wir hier noch? Zwei Gummibäume, ist ganz nett. So, ich gehe mal zurück in meine Base. Und, ähm, vielleicht soll ich unten lang gehen. Ja, ich sag mal, ich denke mal, ich verabschiede mich jetzt zum zweiten Mal. Ich denke mal, das wird es jetzt erst mal gewesen sein. Wir können ja nicht viel machen. Die Krankenstation können wir nicht bauen. Die Laserdinger können wir nicht bauen, weil da brauchen wir so viel Zeug für. Äh, so viel Gold. Ja, von daher kann ich eigentlich so jetzt nichts Neues zeigen. Sollte, ich weiß nicht, vielleicht ist meine Base jetzt schon gar nicht mehr da. Sollte ich hier noch ein bisschen Zeit verbringen und, äh, noch die Möglichkeit haben. Schauen wir mal, vielleicht, äh, gibt's dann doch nochmal ein drittes, kurzes Wiedersehen. Aber das weiß ich noch nicht. Aber das weiß ich noch nicht. So, na gut. Dann verabschiede ich mich hier mit dem Blick auf meine Base. Und, äh, ja, also, wie gesagt, wir spielen's nochmal in der Vollversion oder halt irgendwann, äh, naja, in der weiteren, in der verbesserten Version mit dem Kollegen zusammen. Und, äh, ja, bis dahin. Außer, wir sehen uns jetzt nochmal gleich, weil ich dann doch noch irgendwas Neues hab, was ich zeigen kann. Ja, wie auch immer, bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss. Ja, und damit, äh, willkommen, doch noch ein drittes Mal, wie ich's doch fast vermutet habe. Ja, gut, ich hab jetzt einfach mal ein bisschen, ähm, Bases geplündert, die da nicht mehr besucht wurden, wo die Mauern schon fast kaputt waren. Und da hab ich doch tatsächlich eine gefunden, in der viel Gold war. Ja, oh ja, viel Gold. Ich habe tatsächlich viel Zeug gefunden. Und, ich hab 100 Nuggets gefunden. Das heißt, wir können, ach so, und ich hab auch noch 30 Hightech-Komponenten direkt gefunden. Und, ja, wir können uns auf jeden Fall, äh, das Ding in basteln, was wir uns basteln wollen. Also, wir wollten die Krankenstation bauen. Und, das will ich doch jetzt mal zeigen. Und ich mach es auch jetzt direkt heute noch, weil, ich glaube, hier auf dem Server ist, äh, der Bärlos. Alle, wirklich alle Basen, die ich gesehen habe, waren, äh, aufgebombt. Ja, und die, die ich jetzt gefunden habe, die war auch fast aufgebombt. Da hat es wohl einer abgelassen, weil keinen Bock mehr hatte. Weil die super, weil die, äh, sechs oder sieben Betonmauern, sechs oder sieben Betonmauern waren das. Und ich glaube, der hat dann nach der fünften aufgegeben, da waren dann nur noch zwei. Und, ja, die war schon ziemlich sporöde. Naja, auf jeden Fall ziemlich kaputt. Und, da kam ich dann recht leicht rein. Hat auch nur eine halbe Stunde gedauert mit dieser einen Bombe hier. Und auch nur mit Hilfe, nur weil das irgendwie verbuggt ist. Also, ich kann irgendwie auf nichts mehr schießen momentan. Äh, auf keine Tiere. Also, ich kann schon drauf schießen, aber, ähm, ich treffe die halt nicht irgendwie. Und, äh, ja, dafür habe ich aber hier irgendwie unendlich Bomben, Munition, keine Ahnung. Sehr merkwürdig. So, ich habe mich mal recht leer gemacht. Damit ich gucken kann, was ich brauche. Stahl haben wir. Wir brauchen noch das hier. Hallo? Das hier. Dann brauchen wir Lithium 50 und 50 von den Ligern. Und ich habe von allem alles. So. Äh, das und das. So, jetzt können wir die Krankenstation bauen. Die Frage ist, wo stelle ich die hin? Ich würde sagen, ich packe die einfach mal hier so hin. Oder hier? Wir machen die Krankenstation einfach, die Krankenstation einfach mal hier hin. So. Was? Hä? Was denn jetzt? WTF? Warum? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich glaube, wir haben ja echt ein Bugproblem. Jetzt habe ich nämlich das Problem. Oh mein Gott. Jetzt kann ich die wegen dem Scheiß nicht weiterbauen. Was ist das denn für ein Mist jetzt? Was ist das denn für ein Mist jetzt? Hey, wieso ist das alles alle? Ich habe doch gerade ganz viel davon gehabt. So, jetzt haben wir nämlich schon ein Problem. So ein Mist. Jetzt filmen wir nämlich die Komponenten. Na toll. Und ich dachte, jetzt könnte ich hier ein... ...einen bringen. So, jetzt muss ich das Gold hier irgendwie... ...und das werde ich nicht hinkriegen. Weil ich super viel Zeug für brauche. Oh, 50... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir werden es doch nicht schaffen. Wegen irgendeinem Scheiß Bug. Wegen irgendeinem Scheiß Bug kriegen wir das doch nicht hin. Das gibt es ja nicht. Oh, Mann, ey. Ja, ich müsste jetzt über... Das ist jetzt nicht zu fassen. Hier kommt was da rein. Hier kommt was da rein. Dann brauche ich einmal 100. Noch einmal 100. Ja. Das ist natürlich bitter. Das ist bitter. Für die Komponenten. Das kann ein bisschen dauern. Oh, mein Gott. Bis wir das ganze Gold zusammen haben. Naja, gut. Dann mache ich in der Zwischenzeit was anderes. Dann machen wir uns jetzt mal so eine... ...schicke Laserwaffe. Da brauche ich fünf Stück für. Wie viele habe ich jetzt noch? Gerade gar nichts. So, dann machen wir uns hier so ein Ding. Da brauche ich optische Komponenten und eine Energiezelle. Optische Komponenten habe ich noch. Und was war mit der Energiezelle? Da kann ich mal eine herstellen. So. 25 optische Komponenten brauche ich. Natürlich. Dann muss ich mir ein bisschen was von dem blauen Stuff holen. Da habe ich jetzt zum Glück genug. Und Glas. Glas haben wir auch. Oh, ärgert mich das jetzt? Ich hatte 30 von diesen Komponenten. Habe ich da richtig geguckt? Er braucht zwei. Verdammt, ey. Das ärgert mich jetzt tierisch. Dass es weggebackt ist. Ich hätte es doch so gern gezeigt. So, wir brauchen mehr Glas. Ja, okay. Nicht ganz so viel. So.